Wir befinden uns auf der Höhe Peckhuben, Karnengießer Ort und Neuerwegbrücke und gucken auf die Katharinen- und die Nikolai-Kirche. An der Jongfernbrücke können wir einen Zollbeamten erkennen. Der Blick ist heute noch fast genauso wie auf diesem Foto, welches vermutlich Ende der 1950er entstanden ist. Nur das Hochhaus der Hamburg-Süd verändert heute diesen Anblick auf die Nikolai-Kirche. Auf diesem Kanal findest du täglich Einblicke in die hamburgische Geschichte. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und das Video zu teilen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017